Hallo, ich bin Lisa und ich bin seit etwas mehr als einem Jahr als Consultant im Bereich Wachstumsstrategie tätig. Was mir besonders als Strategieberaterin gefällt, ist, dass ich gemeinsam mit meinem Team an den strategischen Fragestellungen unserer Kunden und Kundinnen arbeite. Wir versuchen, strategische Herausforderungen zu lösen, neue strategische Optionen zu identifizieren. Das kann die Erschließung neuer Märkte sein, Anpassungen von einem Produktportfolio oder sogar die Tätigung von neuen Akquisen. Und hierbei schaue ich in jede Branche rein. Das heißt, ich mache Projekte im Bereich Bauindustrie oder auch im Retail- und Consumer-Bereich. Das macht die Arbeit als Strategieberaterin super abwechslungsreich und interessant. Zudem freue ich mich schon sehr auf mein Personal Development Programm, bei dem ich unterstützt werde. Vielleicht wird es eine Ausbildung zum Barista. Ganz klar würde ich mich als Weltenbummler beschreiben. Ich war schon damals auf den Fiji-Inseln, habe Kindern englisch im Kindergarten beigebracht, war in Australien, Neuseeland, habe zuletzt meinen Master in London und San Francisco gemacht. Und genau das, genau diese Abwechslung, die Interaktion mit verschiedenen Kulturen, macht mir besonders super viel Spaß. Ich liebe es, mit neuen Leuten in Kontakt zu kommen. Ich liebe es, neue Sachen auszuprobieren. Und das spiegelt sich genau in meinem Job wieder. Dass es immer neue Teamkonstellationen sind, immer wieder neue Kollegen, die ich auch innerhalb unseres Teams kennenlerne und mit denen ich neu zusammenarbeite, sodass ich das eben auch in meiner Arbeit als Strategieberaterin verwirklichen kann.